Unsere Gegner auch noch mit. Suchen und zerstören, das ist doch dein Ding. Ja, das nehmen wir. Das nehmen wir. Aber Moin trifft es auf jeden Fall. So, aber jetzt, letzte Runde reicht dann auch. Aber es fetzt. Richtig geil, John. Ja, noch mal gucken. Wenn du jetzt so zwei Mates hättest, die mit im Call sind, dann wäre es richtig geil. Aber so klappt die auch schon. Die Bombe, geil. Dann gehen wir auf A. Hab ich die Bombe jetzt? Nee, der hat es auch. Du hast es auch. Auf A. Okay. Ladung am Platz. Der Countdown läuft. Ich gehe nach oben. Oh, die kommen alle von vorn. Ey, wo sind die? Haben die unterwegs erst noch eine Suppe gegessen? Ja, sehr gut. Geil. Ey, ich guck da hin, da waren alle von uns. So, dann drehe ich mich kurz in die andere Richtung, weil ich dachte, die kommen von da hinten. Dann sehe ich, hä? Alle von uns sind dort. Und dort kommen sie an wie die Geistesgestörten. Ja, aber richtig. Ich habe auch nur noch reingesprayt und zwei Stufen gekippt. Wo waren denn die die ganze Zeit? Ich habe viel eher mit denen hier gerechnet. Ja, ich auch. Das ist wahrscheinlich auch so eine Taktik, weißt du das? Oder lass die erst mal und dann wundern die sich. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich gehe mal auf A. Ich komme mit. Okay, dann gehen alle auf A, dann gehe ich auf B. Wenigstens eine soll da sein. Ich gehe mal auf A, dann gehe ich auf A, dann gehe ich auf A. Oh, gerade als ich es gesehen habe. Oh, bei A oben. Ah, der hat mir einen reingepresst. Nein! Nein, wie konnte ich das denn verlieren? Wieso bin ich hier einfach zur Seite gegangen? Hätten wir auch gewonnen. Scheiße. Zehn Sekunden. Ungespielt von mir. Die hättest du aussitzen müssen, Alter. Die hättest du aussitzen müssen. Aber hab ich zu spät gecheckt. Ne, egal. Die Runde machen wir echt besser. Hol die Bombe. Hol die Bombe, Vivi. Hol die Bombe. So, zu A. Ja, nein. Ab zu A. Hab ich. Erstmal geh ich direkt nach oben. Ja, die sind schon da. Bereithalten für Detonation. Ich brauche Hilfe. Die kommen zur A, alle Mann. Bin auch da. Okay. Zwei hab ich schon über den Jordan geschickt. Einer wiederholt. So, das war's. Geil. Wir haben eine Siegerung. Wiederholen Sie das. Wir haben eine Siegerung. Wiederholen Sie das. Warten wir. Warten wir. Oh, nein. So. Wir brauchen mal wieder Zeit, Mann. Aber es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Wir dürfen uns noch nicht zu früh freuen. Ich gehe wieder zu A. Ich würde wieder zwischen A und B so halten. Okay. Nein, weg. Weg. Oh, weg. Haben die Dreckste. Sehr schön. Geil. Ah, sehr gut. Der Sniper war das. Ja, da hast du dich gerecht. Das war gut. So wäre der zwei Stunden Download. Ah, und dann starte ich. Steht da. Ihren. Ich kann Gott gleich verlachen. Ihr Name ist gesperrt. Ja. Oder sollen wir diesmal ganz anders machen auf B gehen? Komm, auf B. Genau, damit rechnen die nicht. Ja, das ist eine gute Idee. Wie dumm. Oh, die sind... Oh. Den Oberfunker habe ich. Die kannst du kommen lassen. Nein, hinter mir. Nein. Sie haben damit gerechnet. Scheiße. Oh, ja. Mach nicht solche Experimente, Alter. Oh, geil. Ja. Oh, geil. Ich hatte schon Schiss. Schon wieder irgendwo oben. Da kriege ich immer Angst. Oh, Alter. Das war auch knapp, du. Das war auch ganz knapp. Ich dachte, der legt dich noch um. Hab ich auch gedacht. Aber das war jetzt eine wichtige Runde. Jetzt sind sie ein bisschen demotiviert. Ja. Wichtig und richtig. Ja. Ich geh wieder zu A. Ja. Und diesmal so von oben. Verbündeter Präzisionsluftschlag im Anflug. Noch eine Minute. Passiert nichts. Scheiße. Die sind bei B. Ich glaube, die liegen bei B. Ja, B. Bin ich doof, Alter. Schade. Scheiße. Ihr Name ist gesperrt worden. Bla, bla. Wie hast du dich wieder genannt zu Werder Mann? Das gibt es doch gar nicht. Du müsstest halt die Chance. Du musst halt die Chance kriegen, dann deinen Namen zu ändern. Und nicht einfach, ach, ihr Name ist gesperrt. Sie können das Spiel jetzt nicht mehr spielen. Sie haben es zwar für 1.000 Euro gekauft. Aber ist egal. Ich würde sagen, wieder A. Ja, A war aber gut. A ist gut zu halten. B hat uns kein Glück gebracht. Ja. Ich gehe direkt wieder nach oben. Wir platzieren die Bombe bei Alpha. Bombe platziert. Einstellung einrichten. Okay. Bin bei dir. Die Tür habe ich. Die Tür habe ich. Such du dir eine andere Posi. Okay, dann nehme ich die Tür da hinten. Ja, ja. So schießt du direkt in meine Schusslinie. Ja, dann machen wir das so. Ne, ich bin gerade rüber. Geswitcht. Okay. Oh, er hat mich aber rechts. Aber bleibt cool. Lass die Bombe explodieren. So, das war's. Nice. Pirata, sehr schön. Wir sind stolz auf dich. Musst du mich Activision anmelden und dort umändern. Trotzdem dumm. Hieß ja von Anfang an so. Kein Plan, wer mich gemeldet hat. Keine Ahnung. Du weißt doch, die haben jetzt, die kriegen doch jetzt alle hier irgendwie immer eine Macke. Das ist doch, was früher noch gut und richtig war, bis heute nicht mehr. Die Menschheit verblödert doch zusehends. Ich bin tot. Einer ist auch tot. Ich bin auch tot. Aber schade, wir haben verblühten. Aber es bleibt spannend. Jetzt müssen wir zweimal ordentlich Gas geben. Ich krall mir wieder die Bombe. Wir gehen wieder zu alt. Du hast die Bombe gesichert. Die Bombe wird bei Alter kapiert. Bereithalten. An alle Saber. Lager. Bereithalten für Detonation. Nein. Wo wart ihr? Die sind bei A, Junge. Was ist das? Wieso lasst ihr mich da unten allein? Das kann ich nicht verstehen. Junge, zum Glück. Ich war direkt neben dir, aber nicht im Raum, sondern auch außerhalb. Hinter dem Pass. Da wird mir sehr voll den Krieg mit geründert. Boah, jetzt die Matchball ist der Wichtige. Du hast Disconnects. Ich habe einen Disconnect. Nein, nein, so weiter. Ich habe es mir auch nicht bei Steam geholt. So eine Kasperei mache ich nicht. Wenn ich sowas hole, ich habe es ja eh immer alles von Activision, also von Blizzard. Und deswegen... ... Letzte Minute. Nicht leichtsinnig werden. B. Nein. Mann. Jetzt liegt es bei dir, bring die Mission zu Ende. Nein, nein. Scheiße, das war so knapp. Muss ja auch so spannend sein am Ende. Ich hätte vielleicht loslassen sollen und... Ja, den Killhunter hätte ja auch gereicht, stimmt. Aber ich meine, die sind mal im Nachhinein entschlossen. Ich gehe wieder zu A. Ja, ich gucke, also ich bei B erstmal bleibe und gucke, ob da keiner hinkommt. Hey, haben die nicht gerade platziert? Wir müssen beschützt werden. Die haben doch gerade platziert und was ist mit uns? Verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, die gehen wieder zu B. Noch eine Minute. Ich glaube, die halten erstmal jetzt die ganze Zeit. Also bei B ist noch gar nichts. Nein. Die sind bei A hinten. Och shit. Leck mich doch. Die letzten 30 Sekunden. Aber wir können es aussitzen. Die müssen ja platzieren. Und da war einer... Hat er ihn nicht gesehen? Oh, 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 oh. Wer ist am Leben? Der soll sich versteckt halten. Halt dich... Oh, geil. Du warst das. So macht man das. Oh, geil. Oh, das ist schön. Da können wir jetzt wunderbar beruhigt ins Bett. Ja. Schön, die Fresse weggeschossen. Ja. Der war schön. Ja. Ja, schmeckt. Gut dominiert. Gut dominiert. Ah, du alte Domina. Halt Bock immer. Ja. Können wir mal öfters machen. Ich bin dabei. Oh, guck, schlagartig auf 206 hoch. Was ist da passiert? Geil. Oh. Gut. Na dann schon. Ich danke dir. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Mal wiederholen. Auf jeden. Schönen Abend. Na, dir auch. Schlaf schön. Tschüss. Tschüss. So, ich fange euch das reinschauen. Tschüss. Oder Institutzen slang. Tschüss. Ich habe dir davon gemacht.